1.900 Tage auf Expedition im Dschungel. Ich gebe zu, das ist verrückt und mit ein paar wenigen Strapazen verbunden. Dafür wird man belohnt, denn je abgelegener die Wälder, desto voller sind sie mit Tieren. Und einige fliegen sogar auf mich. Ich liebe es. Im Urwald stehst du in der Früh auf und du weißt nicht, was dich erwartet. Jeder Tag kann eine Überraschung sein. Und ihr wisst ja, im Dschungel gilt Survival of the fittest. Komm mit mir mit. Entdecke alle tropischen Regenwälder dieser Erde. Komm mit. Oh.